Musik Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist NagaX und willkommen zurück zu Cry of Fear. Nun, ich habe mich wieder ein bisschen umgesehen und habe dabei was interessantes gefunden. Wo war das jetzt nochmal? Ich glaube hier. Genau, ähm. Alter, gehst du rein? Gut. Jetzt war da oben. Und wir haben einen... Ich habe eine Knie. Oh, ich schweig. Ähm. Das ist doch gleich viel schöner, ne? Wir haben... Huch, ist es dunkel hier jetzt. Hau-Key. Moment. It looks like a kind of a key for Hau-Doors. Das ist schön. Aber... Warte mal. Quip. Hoppla. Das war jetzt nicht so richtig. Ich habe jetzt noch zwei Stück. Ja, aber... Hatte ich da nicht drei davor gehabt? Egal, der spielt jetzt auch keine Rolle. Äh, ich sollte mich noch ausrüsten. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Uh, uh! Ach, du Scheiße! Gollums! Zeit mit der Munition Spaß umgehen. Alter! Boah! Die mich hier zerschreckt. Ich möchte nicht... Töt euch. Alter, vergiss es! Vergiss es! Geh, warte. Oh. Das ist gut. Huuu! Da, Gott. Wo kommt der jetzt her? Alter! Ach du Scheiße! Hahahaha. Oh Mann! Ich gehe ständig tausend von Nachrichten. Boah, das ist... Boah, Alter, war das jetzt heftig. Da habe ich gekommen. Oh mein Gott. Töte euch. Töte euch, Alter, war das jetzt heftig. Ah, Alter. Now, as I need to kill some kiddies, I stuck their little in the house, so only the person can access me by the secret code. I guess no kiddie will find that out, so they will just have to take the stairs. Okay. Hm, 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 okay. Alter. Entschuldigung, weil ich jemand geweckt habe. Wie jetzt? Oh nein. Hallo? Ach. Alter, halt die Fresse! Kaum noch, Muni, dann wechseln wir mal hierzu. Boah, ich bin so schlecht wie ich hier. Holt ihr mich ver... Oh. Na. Gerade nach. So. Gut. Wollte nur nochmal sehen, was hier ist. Eigentlich nur Munition. Gut. Ähm, dann schauen wir jetzt weiter. Oh Gott, oh Gott. Das macht mir richtig... Ich scheiß mir halb in die Hose. Muss ich jetzt hier rein? Was ist da unten? Alter, fuck! Fuck it! Fuck it, noch mehr! Ciao. Oh, was? Was? Oh. Ihr wollt mich doch verarschen. Hä, Moment. Moment. Hier waren. Warte. Wartet. Hä? Hier, Mann. Achso. Ja, äh. Achso, hier waren wir schon. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Ja, geil. Äh. Hm. Ah, verstehe. Ver-ste-he-he. Ja, das ist natürlich geil. Wir sind im vierten Stock. Kommt aber nicht weiter. Hm. Vielleicht zum ersten Stock? Oh Mann. Boah, das sieht so vertrauenswürdig aus. Okay, ich glaub wir müssen hier weiter. Und ich denke, es werden jetzt einige Überraschungen verraten. Also los, tun wir's. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh scheiße. Ist das jetzt euer Ernst? Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Alter, bleib weg von mir. Mann. Alter. Alter. Mann. 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 Oh, ich hab' ein Kostüm freigeschaltet. Alter, ich kann speichern! Was? Hä? Oh. Scheiße! Fuck it, ey, Leute! Ähm, ja. Dieses graue hier, Bildschirm, ich versuch das jetzt mal wegzumachen. Das geht nämlich auf den Sack. Ganz kurz. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Black and White Effekt. Neee. Das ist es nicht. Screen Grey. Ah, ja, off. Sieht doch schon viel besser aus, oder? Was meint ihr? Viel sauberer. Bin mir nicht ganz sicher, wie es in YouTube aussieht, aber naja. Alter. Alter, das ist so verstörend. Ach, nein. Geh doch da einfach raus, du kranker Junge. Oh. Ja, dann schau ich nochmal hier oben nach. Oh. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, aber wir müssen doch zum vierten Stockwerk. Alter, ist das Rauschenlaut. Hört man mich überhaupt? Ja, ähm. Hm. Hm. Nee? Nee? Müssen wir anscheinend nochmal hochgehen. Ja, das ist ja super. Wir haben irgendwann einen Schlüssel übersehen anscheinend. Äh. Ah. Ja, aber. Ach, Leute. Ja, da machen wir hier erst mal Schluss und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüssi. 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 Wirbelsa, das ist halte ways... Und an die viewedas yersteröאן healthcare, äh... Ah... Tö. Vielen Dank.